Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Und die erste Zeile, OM ASATOMA SATGAMAYA, lautet also, führe mich von ASAT zu SAT. SAT ist Wahrheit, es ist die Realität. Und ASAT ist die Unwahrheit oder die Illusion, Falschheit oder auch Täuschung. Führe mich von der Illusion zur Realität. Die zweite Zeile lautet, TAMASOMA JOTIR GAMAYA. Und das bedeutet, führe mich von der Dunkelheit ins Licht. TAMASOMA ist die Dunkelheit, JOTI ist das Licht. Und diese Dunkelheit ist die Dunkelheit des Unwissens. Es ist die Dunkelheit des Nichtwissens, wer du bist, während das Licht, das wahre Wissen darum ist, wer wir wirklich sind, unsere wahre Essenz. Die dritte Zeile lautet, MRTYORAMA AMRITAM GAMAYA. So MRTYORAMA bedeutet Tod. AMRITAM GAMAYA ist Unsterblichkeit, Ewigkeit. Es ist eine Reise von der Illusion des Todes zur Erkenntnis, dass wir niemals sterben, dass wir niemals geboren wurden und somit niemals sterben werden, dass unsere wesentliche Essens ewig währt. Und durch Meditation, wobei wir die Mantras chanten und wir dadurch tiefer eintauchen in unser wahres Wesen, finden wir den einen Raum in uns, der sich nicht verändert, wo es keine Stimmungsschwankungen gibt, der von Leben und Tod unberührt bleibt. Es ist ein stilles, tiefes, klares Zentrum, das immer bleiben wird, ob wir in unseren physischen Körpern sind oder ob wir in eine andere Ebene eintauchen, die uns ein Mysterium ist. Es ist interessant, dass dieses Mantra für Zeiten des Übergangs in unserem Leben gechantet wird. Man weiß zum Beispiel, dass dieses Mantra sehr kraftvoll beim Verlässen des Körpers ist und dabei sehr hilfreich sein kann. Und das ist nur ein Aspekt. Wir können natürlich jeden Moment als eine Geburt in etwas Neues betrachten. Somit kann man jeden Moment als Übergangszeit in diesem Leben sehen, das wir alle teilen. Aber das Mantra sagt selbst, dass es etwas gibt, das keine Veränderung durchläuft und bestehen bleibt. Und das ist die wahre Realität. Wenn wir dieses Mantra also chanten, behalten wir in unserem Herzen das Verständnis, dass wir uns durchs Leben bewegen, aber gleichzeitig nirgendwo hingehen. Niemals geboren werden und niemals sterben. Das ist das Potenzial unseres heutigen Chantens. So, lass uns nun eine Körperhaltung einnehmen, die bequem ist und dir ermöglicht, präsent zu sein. Lass uns unsere Augen schließen, damit wir nach innen schauen können und keine Energie durch die Augen verlieren. Ja, die Augen blicken nach innen. Wenn du jetzt beginnst, dir deines Hörens bewusst zu werden, wie wir es kürzlich bei einer Session getan haben, so gleiten wir langsam, aber sicher und mühelos in einen entspannenden Raum der Stille in uns. Wir werden uns unseres Körpers bewusst, unseres Atems, der Geräusche im Raum und der Geräusche von draußen. Und lass dich von der Musik und den alten heiligen Worten dieses Mantras nach innen tragen. und 10....... Oh... oder auch... oder auch ... Oh... 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 Oh, oh... Oh... Um, um, um. 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 Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um. Um, um, um. 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 Um, um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um, um. Um, um.